Servus, grüß euch! Ich bin der Michael Nikolas, auch ein Herr Barüstermacher aus dem Chiemgau. Wie ihr es im letzten Video schon gesehen habt, habe ich geröst und das ist natürlich eine wunderschöne Sache, eine Herzblutsache, eine Leidenschaft, mache ich sehr gern. Der Röster ist einfach nur hinten beim Abkühlen, das hört man ein bisschen, deswegen das Mikrofon. Ich würde euch gerne zeigen, was ich heute geröstet habe. Und zwar, unsere erste Sorten ist ein Brasilien Santos. Den habe ich hier auch als Rohware, dass man den auch schön sehen wird. Das ist ein schöner gewaschener Kaffee, nussig schokoladig, wenn er geröstet wird. Wir werden ihn sehr, sehr schonend und langsam rösten. Konvektiv, das heißt, die Bohnen haben bei uns keine Berührung mit der Tromme praktisch. Damit habe ich keine an Brandstellen oder, damit kann die Bohnen einfach nicht anbrennen, seitlich gesehen. Das ist ein schöner gewaschener Kaffee, mildere Stärke, ist so ganz, ganz nussig schokoladig, ganz bierig, kommt vorbei, wir haben ihn da, wir haben ihn früh geröst für euch, wir freuen uns. Servus!